Jo, was geht ab, liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Walking Dead Season 3 in New Frontier. So, was machen wir? Wir brechen mit Eleanor auf, weil wir haben ehrlich gesagt, keine Sekunde zu verlieren. Wir sind heute Abend mit Eleanor. Wenn es uns da kommt, sogar eine Minute später, dann ist es wert. Okay, ich bin in. Du weißt, als ich dich kennengelernte, dachte ich, du wärst nur ein anderes Arsch, wie alle anderen. Und zu denken, dass, als wir zuerst kennengelernt, du nahm meine Hände ausgelöst. Ja, ich glaube, ich habe den richtigen Gebet gemacht. Es klingt, wie Eleanor wird ein bisschen länger sein. Vielleicht sollten wir ein paar Winkungen bekommen. Eine gute Idee. Ich bin verhaftet. Ich bekomme die Lampen. Weil wer weiß, was mit seiner Familie passiert ist. Mit Kate, Gabe und... Marianne, was mit der Idee. Okay, was passiert jetzt? Das ist Kemi. Jetzt bleiben Sie auf der Straße. Die wichtigste Regel gibt es. Jetzt versuchen wir zu zweit. Nicht schlecht, besonders für den ersten Mal. Du musst einfach aus dem Klauch ein bisschen leichter schlafen, okay? Du musst nicht alles auf einmal machen. Ich will es wieder machen. Du wirst. Und nächstes Mal, einfach wunderschön. Und als wir nach Florida kommen, wir werden die Räder entfernen und ich werde dir einen Zähler machen. Marken meine Worte. Du auch, buddy. Wie ist das Kind, was Kenny im Kampf gegen Elshade geholt hat? Äh, gegen Jane? Well, der Heater ist gebrochen. Er ist kalt. Es macht nur Sinn, um zu Florida schneller als später zu gehen. Lass all diese Schnee hinter, oder? Es wird wie Sommer jeden Tag. Ich muss mich ein paar Klauche finden. Bist du sicher, dass Florida besser ist? Ich würde mich nicht mehr schlafen und schlafen und schlafen. Ich würde mich nicht mehr schlafen. Ich werde EJ zu spüren. Wie geht es EJ? Ich werde mich überlegen. Wir werden die Sonne auf jeden Tag sehen. Wir werden alle drei. Aber wir sind nicht mehr schlafen, um 25 km pro Stunde zu gehen. Wir werden in der 3. Wir werden wirklich kürzen. Danke, dass du mir das beibringst. Hey, ich freue mich wirklich, dass du mir教st. Du weißt, ich... Ich habe immer über den Tag, dass ich Ducks fahren würde. Du bist die beste 2. Chance, die ich für mich gefragt hätte. Wo ist dein Blanket, Goofball? Ich versuche, dass dieser Kind nie ein Blanket macht. Wer weiß, wie lange er ohne Blanket ist. Der Ducks war ein Kilometer an seiner Zeit. Es gab keine Sitzungen, aber etwas. A.J. ist ein Überlebender. Er weiß, dass zu viel Geräusch nur ihn getötet wird. Aber er ist ein Kind. Kinder sollten nicht über das so etwas bemerken. Ja, normalerweise nicht, aber... Wunderfack! Ich habe es. Schau das Rad! Wie ist das denn passiert? Ach... Was ist passiert? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Wo ist Kenny? Wo ist der hin? Ach, was? Der flugt durch die Scheiben. Alles okay mit dir? Oh mein Gott, Kenny, ich bin sehr entschuldigt. Ist AJ okay? Ja, hilf mir. Ich glaube, dass es gerade noch ist. Ich kann nicht auf meine Beine fühlen. Ich kann einfach nicht aufstehen. Gott, verdammt. Oh mein Gott, nein, das ist nicht passiert. Steh auf, Kenny, steh auf. Hey, hey, steh weg von ihm. Du musst gehen, AJ, Clem. Ich lasse dich, dass diese Scheiße mich aufzuhören. Geh, Clem. Jetzt! Nein, ich werde dich nicht aufgeben. Nein. Nein. Clementine, nein. Es gibt keinen Sinn. Komm schon, Kenny, kann er mir helfen? Nicht heute, du scheiße. Geh, nicht zurück. Fuck. Oh nein. Hey, AJ, komm schon. Das kann ich was an. Boah, da bringt er AJ um, um Kampf um AJ, dann stirbt er selbst. Oh, Scheiße. Triep wird wohl schon verletzt wie geil aus, bis jetzt. Wie denkst du dir das zu dir tun? Oh, nichts. Er wird einem wenig klingeln an mich. Triep und ich, wir sind sowieso ein Kunde. Es war dann für 5 Minuten, und ich flesselt schnell. Aber er hat nie leicht nach, dass er aus. Nicht, dass ich es so kinsichtlich ist, oder nichts. Ich weiß, dass er mich selbst macht. Die Beziehungen können sehr schnell verändern. Und sie sind immer nicht kompliziert. Sieht so, dass du etwas in deinem Kopf hast. Oder jemanden. Leute, das ist der Ort. Ja, das ist es. Oh, scheiße. Was? Guns out, ja? Wenn du zu sagen. Jesus. Muss es sein, dass sie hunderte. Kate ist gut in der Krise. Sie weiß, wie sie in der Hilfe. Was ist das? Erstmal Star, meine Waffe. Dann ist hier. Okay, das wird so nicht funktionieren. Jetzt schon. Ah, das ist ein Fettenspieler. Mariana? Mariana, bist du hier? Javi! Oh, mein Gott. Du bist sicher. Ich kann es nicht glauben. Du sagst mir, wo zu schützen. Ich habe nur gehört, was du gesagt hast. Du steckst dich in und nicht raus. Nicht mal, wenn es so ist. Es geht durch meine Hände, wie auf eine Lübe. Ich weiß gar nicht, wie lange ich da bin. Dann hörte ich deine Sprache. Ich dachte, ich war halluciniert. Sie schützt dich? Du bist okay? Ich schützt mich vor dem sie zu kommen. Ich bin gut. wirklich. Kate? Und dein Bruder? Wo sind sie? Wir wurden verabschiedet, als das große Bremse des Muertos kamen. Kate hat gesagt, dass sie versuchen, es zurückzunehmen. Dann sind wir da. Wo sind wir hin? Wir gehen und holen Sie zurück. Oh, nein. 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 Sie haben gesehen wie das. Dann haben sie gesehen. Dann haben sie gesehen. Dann sind sie in einen anderen Ort. Kate. Sie sind in da. Mariyama zurück. Wir müssen zurück. Unserehayung. Okay, wenn sie zu잖아 és klicken können. Bye-bye. Nein, ich habe sie jetzt dreimal nicht getroffen. 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 Das ist gut. Das muss ich ein bisschen... Das ist gut. Perfekt. Auf jeden Fall. Das ist gut. Das ist gut. Komm schon. Ich denke, wir bekommen einen Pass. Ich wollte nach dir kommen. Ich versuchte, dass ich das gemacht habe. Du musst nicht auf meine Schüttel über meine Schüttel machen. Ich dachte, dass wir sterben sind. Wie... Wir werden dich nie wieder sehen. Wir haben nur ein paar Schüttel. Es gibt keine Chance, dass ich das passieren würde. Ja, aber... Du warst nicht hier. Die Schüttel kam, und... Mariana ist weg, und... Wir warten, und... Und dann... Ich habe nur so Angst. Ich bin jetzt hier. Du musst nicht Angst sein. Hey! Du hast dich verletzt. Ich muss ihn in der Schüttel. Ich habe noch nicht gesehen. Hey! Ich bin ein Schüttel. Er ist ein Schüttel. Ich bin ein Schüttel. Ich bin ein Schüttel. Ich versuchze hierher. Dann werde ich dich zurück nach Hause kommen. Siehst du? Es ist schon besser. Wir sollten zurückkommen. Ich will nicht auf unsere Schmerz. Wer ist das Kind mit der Schmerz? Sie haben einen Namen, du willst mit uns sharen? Oder du machst mir meine eigenen Erinnerungen? Clementine ist eine Freundin. Hi, da. Ich bin froh, dass ich mir helfen konnte. Wir sind sehr dankbar mit dir. Ich bin froh. Es ist sicher. Ich liebe das Geräusch. Oh mein Gott! Javi, haben sie heißes Wasser? Auch Luke, heißes Wasser wäre okay. Und die Bubble Bath. Die Bubble Bath wäre toll? Ich glaube so. Genau, Eleanor? Natürlich haben wir heißes Wasser. Und wir sind nicht cavemen. Ich dachte, dass du zu diesem Ort bist. Ich habe. Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe nicht viel Zeit, um in meinem Jacuzzi zu relaxieren. Du weißt? Du bist glücklich. Ich bin. Die Suche und救ung nicht so gut enden. Sie leben und gesund. Es ist irgendwie unglaublich. Ich glaube ich bin froh. 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 Ich habe nicht vergessen, dass die Fläche unseres Wagen. Du kannst nicht wissen, was passiert mit dem Van. Aber trotzdem... Ich brauche etwas weg raus. Ich habe mir gedacht, dass du hierher kannst. Ich weiß... Ich bin froh. 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 Ja, für die Fläche. Ich bin froh. Segal. Was? Was ist das? Thanks! Was die f***? Mori! Du f***ing liebes! Wir wissen, dass du hier einfach nur zurückkommst wie nichts passiert! Ich glaube nicht! Javi, wir können nicht wegziehen! Oh mein Gott! Kate! Stopp! Stopp! Geh an! Amen! Familie Scheiße, Scheiße, Scheiße. Now get up. We can't wait anymore. We stay here and we finish this. Are you crazy? We have to go now. I already killed one of you. If we don't stop them, they're gonna come after your family again. Let Eleanor help them. You stay with me. What? No, Javi, you have to come with us. Javi, please. Trust me, Javi. We have to end this now. No, Javi, please come with us. Get her back to Prescott. We'll cover you. Javi! Go with them. I'll be fine. I need your help, Gabe. Just keep firing until they're out of sight, okay? I'm ready. Javi, don't! What? 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 What was? Alter, das war mal eine action-geladene Episode am Ende. Boah, leck mich halt am Arsch. 50% der Spieler verließen den Schrottplatz und fuhren weiter. Don, 50,1% der Spieler ließen Rufus gehen. Ach, Rufus. Don, 94,6% der Spieler wurden eingesperrt. Don, 45,2% der Spieler gingen mit Eleanor zum Schrottplatz. Don, 86,4% der Spieler blieben bei Clementine. Okay. So, dann geht's auch gleich weiter mit Episode 2 in der nächsten Folge. Das war jetzt aber ein krasses Ding. Jesus, Jesus, Jesus. So, Lilo, deswegen mach ich jetzt hier mal einen Folgen-Break. Ich bringe mir was zuschauen. Bis zum nächsten Part von The Walking Dead. Bis dahin. Haut rein. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.